Die Mimi mit ihrem Love Yourself, beziehungsweise das Love Yourself von Justin Bieber. Ja, es war nicht schlecht gesungen, aber sie hatte Timing-Probleme und einiges war schief. Das merkte man sehr stark die ganze Zeit, weil die Background-Sängerin ja zur Unterstützung mitsang und das passte oft nicht ganz so zusammen. Ansonsten sang sie ja auch sehr steif, also es fehlt auch so das richtige Feeling im Gesang, aber es war an sich nicht schlecht, aber von Begeisterung kann man bei so einem Gesang nicht sprechen. Es ist für einen Hobby-Sänger, beziehungsweise Hobby-Sängerin ganz gut, aber na, das ist, ne.